Hallo, die Küchenhelden unterwegs. Zum Thema wussten sie schon. Ich bin heute bei Ingo Viertler und der Ingo Viertler von den Küchenhelden möchte mir gerne etwas neues zeigen. Was haben wir im Programm? Ich habe hier von Neff ein Kochfeld mit einem Twistpad. Den Twistpad nehme ich, setze ihn hier auf, dezentriert sich und ich wähle jetzt die entsprechende Kochstelle, die ich möchte, aus, indem ich den Pad ankippe und kann dann durch Drehen die entsprechende Leistung einstellen. Also praktisch keine Knöpfe mehr, großartig, sondern alles mit einem Knopf, den ich eigentlich auch in der Hosentasche wieder verschwinden lassen kann. Genau, als Kindersicherung, ich nehme ihn weg und das Kochfeld ist aus, sonst passiert nichts. Fantastisch, vielen Dank.